Du hast wirklich keine Ahnung, oder? Dad, Dad, Mom hatte einen anderen Typen. Deshalb haben wir uns gestritten. Als ich Weihnachten da war, habe ich sie mit einem anderen Mann erwischt. Mir wurde schlecht, wenn ich sie mit dir zusammensah. Ja, als ich dann wieder in der Schule war, dachte ich, das war's, mit der bin ich fertig. Ich wollte dich anrufen und dir alles erzählen. Und dann ist der Unfall passiert und ich... Vielleicht wollte ich warten, bis sie wieder aufwacht. Und du hast nicht mal was geahnt, oder? Stimmt's? Das hat mich auch angekotzt, du hast immer zu tun. Was heißt, du hast sie mit einem Mann erwischt? Ich wollte schwimmen gehen im Blackpoint-Pool mit Brandy. Und da sah ich Mom mit so einem schickimicki Arsch in ein Haus gehen. Seins nehme ich an. Irgendein Mann, das muss nichts bedeuten. Er hatte seine Hand an ihrem Arsch. Es war eklig. Ich erlebier moteur. sich. Okay? Dann compulsor